Okay, mir ist noch aufgefallen, ich glaube wir haben noch keine Rikki, ne? Ich dachte schon, wir haben Rikki vergessen. Ich dachte schon, wir haben Rikki vergessen. Also Motto, Jean, Xan, Xeli, Danjushka, Dekko, Abbruch, Vollmer haben wir noch zu vergeben, Code Blue, Ben, Sono und Siegfried haben wir noch zu vergeben. Ähm, bist du jetzt sexy? Sexy the Gambler, und dann haben wir noch einen frei. Ein Fischer. Ein Fearless Fischer, du bist einfach nur im Gamblen. Und Jean mit seiner Reichweiten-Axt haut ordentlich rein, da war was. Ähm, wir haben 2900, wir haben 14 Leute, wir haben den Sergeant, achso, deswegen haben wir so gut überlebt übrigens, ne? Weil Leute, die keinen Fatal Injury haben, überleben ja einmal. Aber da hat man noch Glück mit den, mit den Verletzungen. Jedenfalls, Hallihallo zurück, willkommen YouTube, ähm, und ich bin der Ben, und ihr seht wieder mein Let's Play mit Battle Brothers. Mit dem Daft Cool. Und wir sind ziemlich gut vorangekommen, wir sind auf dem Weg, unsere Rüstung noch ein bisschen abzugraden, weil wir da noch ein bisschen Potenzial haben. Ich hab hier gerade noch den Siegfried umbenannt, so sexy Gambler, weil das ein oder anderen Streamer ist, die ich letztes Mal zugeschaut habe bei Battle Brothers ein bisschen. Genau, und ansonsten sind wir auf einem guten Weg. Mir ist aufgefallen, warum wir letzte Folge so gut überlebt haben, weil wir hier ja den Sergeant haben, das heißt, jeder, der keine permanente Verletzung hat, überlebt einmal. Das bedeutet, dass du deine guten Leute einmal ziemlich gut behältst. Und dann hat man sehr, sehr viel Glück mit den permanenten Verletzungen, weil wir haben ganz oft ja dieses abgeschnittene Ohr bekommen. Main Food ist eine Katastrophe, weil wir wollten ihn ja auf Initiative machen, ne? Wir wollten eigentlich einen Image, der hatte, glaube ich, schon Dodge, ne? Das ist eine Katastrophe. Also Code werden wir irgendwann loswerden müssen wollen. Ist noch ein Gravedigger, von daher ist er noch kein Kultist. Können wir vielleicht noch irgendwann machen, kostet uns allerdings gerade zu viel. Ansonsten haben wir, glaube ich, häufiger mal das Terrified, ist, glaube ich, nicht optimal. Kann man aber vielleicht noch mitarbeiten. Mal sehen, wenn er uns häufiger wegläuft, dann stirbt es sowieso. Dann das verlorene Auge, ist vollkommen fein für uns. Du hast nichts. Du hast ein abgeschnittenes Ohr, ist auch relativ fein für uns. Und du hast ein abgeschnittenes Ohr, ist auch fein für uns. Und du hast ein abgeschnittenes Ohr. Also wir haben dreimal das abgeschnitteene Ohr, was ziemlich okay ist. Genau, deswegen haben wir schon, ist ziemlich glücklich verlaufen, die heftigen Kämpfe. Jetzt war hier keine Mission mehr. Ich könnte jetzt hier noch Leute verarzten. Aber eh bis morgen heilen. Bis morgen heilen, in 1-4 Tagen. Man kann durch ihn heilen und er verliert Hitpoints, was, glaube ich, auch okay ist, vor allem, wenn es bis morgen heilt. Genau, wir müssen ein bisschen gucken. Inzwischen habe ich herausgefunden, wo man Kultisten herkriegt. Nämlich aus Durfon in Sümpfen, also zum Beispiel in Sudobusch müsste es Kultisten mal wieder geben. Das hängt wohl damit zusammen, beziehungsweise auch in Dülmen, weil die hier so sumpfnah sind. Das könnte noch zählen. Ja, so ein bisschen die Frage, was wir heute machen. In Brunnendorf haben wir nicht, das ist ja leider nicht mehr genau, von wo wir kamen. Ob wir von Kronenkog kamen oder ob wir aus dem Norden kamen. Das habe ich nicht mehr auf dem Schirm. Wir können aber auch mal wieder in den Süden gehen, wobei da kriegt man halt keine Kultisten. Was uns noch fehlt, ist auf jeden Fall, wir brauchen eigentlich noch Ranged. Wenigstens ein, zwei gute Ranged Units oder wir müssen halt noch mehr Peitschen holen. Das ist die Alternative, wenn wir keine Ranged Units kriegen, müssen wir mehr Leute auspeitschen. Weil das halt so ein bisschen Ranged gibt. Das Problem ist, dann müssen wir halt erst durch die Rüstung durch, um das wirklich gut zu machen. Alles andere ist dann Quatsch. Also gegen Rüstung hat man dann Probleme. Könnten aber Leute das armen, was sehr, sehr nice ist, weil sie dann zum Beispiel mit ihren guten Waffen nicht angreifen. Hatten wir noch irgendeine Waffe? Wir hatten noch ein krasses Schwert bekommen. Und wir hatten noch eine Range Axe tatsächlich. Wir haben ja noch einiges, das wir verkaufen könnten. Hier, du hast zum Beispiel noch einen schlechten Dolch. Wechseln wir mal das. Wir haben hier noch ein Scam Axe. Wir haben noch einiges am Reparieren. Haben wir irgendeinen Flailer? Wir haben keinen einzigen, der jetzt flailt. Wir haben ganz viele Leute, die auf Blut umgehen gerade. Du könntest aber auch mal flailen eigentlich mit 61, Ben. Müsstest die Leute nicht unbedingt köpfen, weil wir haben jetzt noch ein paar andere. Sono köpft ja schon ganz gut. Und Code köpft ja schon ganz gut, wenn er dann dabei ist. Würde ich mir mal mir, glaube ich, einfach den Flail geben. Der ist ganz gut für Kopftreffer. Ist das schon ziemlich nice. Also wir haben jede Menge davon. Wie sind hier die Verkaufspreise? 19. Da würde ich, glaube ich, schon verkaufen, was repariert ist. Wo war es hier? Die brauchen wir, glaube ich, nicht reparieren. Dafür brauchen wir, glaube ich, auch nur einen in Reserve behalten. Äh, Zweihandschwetter will man, glaube ich, sowieso nicht so sehr spielen. Dann wären wir eher Axter oder Hammer. Deswegen würde ich es einfach jetzt mal schon mal verkaufen. Ja. Ja, 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 ja. Wir haben ein bisschen das Problem. Wir müssen erstmal die Leute jetzt auf jeden Fall sich erholen lassen. Das wäre so der nächste Schritt. Ähm. Ja, zurück bitte. Aber erst ja, richtig. Okay, das heißt... Gehen wir mal nach Krumhorn. Gehen wir nach Kronen gucken. Ich hoffe, da war ich nicht zuletzt. Das habe ich nicht mehr ganz im Kopf. Ist eine Weile her, dass ich zuletzt gespielt habe. Gucken wir mal rein. Hauen wir mal, was da abgeht. So. Ein bisschen... Material brauchen wir. Erstmal in Saufen gehen. wird geht hier ja mann noch ein graf digger aber so fair sein und code einfach in dem kaputten fuß in rente gehen lassen wenn sie nicht traurig wenn das jemand der 60 hittet müssten aber irgendwie ersetzen das frage womit würden wir ihn ersetzen der karawanen hand zum beispiel wenn der mit 55 startet hp resolve und inni hat der könnte sich wieder auf deutsch gehen und schon mit vier die fans anfängt komm du gehst du gehst in rente ich lass mir in rente gehen und holen hier du bist dann ähhhhh code blb was glaube ich e e k na an end ähm ich hab hier falsch geschrieben so junior ist das jetzt auch wenn er gar nicht so junior aussieht tap 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 du kriegst auf jeden fall das du kriegst du hast 55er dann kriegst du wahrscheinlich noch aktuell erst mal ein schwert äh ne 88er rüstung i guess und einen ordentlichen helm achso und ein ordentliches schild 66 ich würde doch lieber den niedrigeren helm geben und übernimmst die entsprechende position in der in der aufstellung genau sehr gut ein bisschen kurz drüber gucken welche leute wir im zweifel nicht in der frontline haben wollen er dich schon wahrscheinlich ricky du nicht SONO könnte tatsächlich aber SONO hat so viel Ausdauer den das ist Quatsch ständig in die frontline zu stellen bei dem müssen wir halt wahrscheinlich noch ein bisschen Ausdauer mehr trainen aber der hat ja schon unfassbar viel Gewicht an ja ich bin halt ne XAN ist halt nur mit 51 ist halt nicht so stark aber ist halt ein ganz guter ganz guter ganz guter Bannerträger vielleicht dann haben wir Xeli mit 60 ist halt auch eigentlich gar nicht also wir haben echt Hitchance Probleme glaube ich Vollmer dich wollen wir wahrscheinlich auch schon in der frontline haben Fischer ja und dich auf jeden Fall Abbruch dich müssen wir auch nochmal weiter behalten okay was haben wir jetzt hier für Aufträge Karawane 30 5 pro Kopf und 30 Sandfels ein Tag nach Osten das ist ein ziemlicher Umweg 910 in Hallheim 2 Tage nach Norden richtig gesehen habe Hallheim ist echt weit weg ne Hallheim ist da da müssen wir komplett wieder nach Süden durchlaufen mhm ja aber schon machbar insgesamt Alter ist das hier gerade ein bisschen teuer das hier brauchen wir auf jeden Fall eins noch mhm ja aber jemanden hiren werden wir nicht wollen ich glaube ich würde erstmal kurz das hier machen sind wir eigentlich das muss ich mal kurz gucken ob wir irgendwo schon allied komplett sind Brunnendorf Kronenco Krumhorn also in Kronenco könnte man tatsächlich und Weisenschaft und Suderbusch könnte man einfach tatsächlich sagen hey bezahlt uns mal mehr haben wir jetzt nicht gemacht was sollt man in Zukunft tun äh you gain a Sergeant Sesh das stimmt wir hatten unsere Ambition fulfilled mit dem ähm Related Troops Perk dann kriegst du mal die noch plus 10 Resolve da gibt jedem noch einen weiter let's go deine Frau springt aus dem aus dem Baumreiher ok ja Please come crick my grandpa has fallen down the well bandelita you are strong give her a hand I guess we can help her bandelita give her a hand you decide it's worth your time and go and take a look the well head a wooden frame a wooden frame has broken apart apparently the old man was doing repairs has been plunged down to the well he looks up I'm a bitter picker the man throws down a rope the old man ties it ah fucking hell glad you came and you did I was about the shit and pissed like no other you talk with the old fella for a time not about him a while later you realize Ben the leader is nowhere to inside ok we can have a little bit icky icky time wicky icky time I need a bit more supplies tools and supplies are a bit more up aktuell ok here's not much happens here's not much happens so we will be attacked here for the money here's not much happens here's not much happens a day from the noble house ok we could the noble house more profitable work let us set our awareness they pay but that doesn't matter as long as they pay good Become known as professional in order to catch the attention of the noble houses. You can increase your renown by completing contracts and winning battles. Oh. Wir sind's noch nicht, ne? Discover the unknown and plunder it. Wir kriegen neue contracts. Your unknown will increase. Let's seeker's fame. Fortune fighting in the crowds. Wilderness, in dem ich glaube ich lieber die noble hause, weil contracts würde ich einfach sowieso machen. Ähm. An Ambition fulfilled. Okay, das ging schnell. Äh, ich wollte gerade sagen, was sind wir denn? Was sind wir denn? Wir rauchen über 1200, alles ist klar. Easy Ambition, würde ich mal sagen. Damit haben wir jetzt auch die noble contracts unlocked. Die wir mehr Geld geben könnten, wenn wir die schaffen. Wenn wir sie schaffen. Marauding Greenskins, good harvest, well supplied, disappearing villagers. Essen ist billig. Walking billig. Holy shit. Also andere kostet nur sehr, sehr viel. Äh, 350. Follow the tracks and return golden talisman. Sollten wir eigentlich locker machen können. Ähm. Das ist ein Becker. Wie geht's meinen Leuten? Eigentlich alle wieder so gut wie auf dem Dam. Dann würde ich sagen, follow the tracks and let's go. Follow the tracks faster. Wand. Wand. Hier, Sonnware Company. Wand hier bisschen weird rum. Some Raiders. Oh, die hätte ich eigentlich gerne. Ausstelle irgendwie. Okay, ihr habt einen High Ground. Ich glaube, ich werde ihn hier verteidigen. Von daher kannst du wahrscheinlich schon so hier reinlaufen. Genau so wie du. Oh, Junior. Ich muss mal kurz die Bäume ausbilden. Okay, hier ist nichts dahinter. Gehen wir mal hierhin mit Sexy. Gerade. Gerade. Vicky, Abbruch. So. Kannst du nicht mehr attacken, wenn du da reinsteppst. Gucken wir mal, ob er vielleicht einen Schritt runterkommt hier. Es würde uns helfen. Du kannst nicht mehr. Du kannst noch. Sehr schön. Polar Mastery und so. Au. Alter, das tat weh. Das tat sehr weh. Sehr schön, dass der rangekommen ist. Sehr schön, sehr schön. Gehen wir mal hierhin und schubsen den da runter. Du verteidigst dich mal und versuchst ihn zu hauen. Da war ein guter Kopftreffer, der Boy. Der blutet schon mal. So, nur ist er schön reingegangen. Let's go. Oh, der wirft. Das ist sehr gut, weil er kommt nicht mehr rein. Dann kommt er nicht mehr hier rein. Dann kann ich da hingehen. Quatsch. Ah, der hat er. Oh, ähm. Ähm. Oh. Ist noch einer. Aber lahm. Der rennt. Der rennt. Hallo. Wie wär's, wenn sie nicht mal auf meine Leute werfen? Bin ich irgendwie dafür? Der rennt. Komm auf den. Schade. Schön entwaffnet. Und nochmal gepikst. Als ob. Die dürfen noch die Sachen nehmen und dann trotzdem noch taggen. Schweinerei. Sehr schön. Ja, jetzt haben die alle keinen Bock mehr. Jetzt können wir sie kaputt schlagen einfach. Können sie auch abstechen hier. Den da zum Beispiel. Oder? Ja, gut. Ja, sie ist eh erledigt. Random down. Wie wurscht, was du hier machst. Hol mal die Dolch hier raus. Äh. Äh. Oh, ein Pixie. Tot. Du musst da nicht hin. 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 Du hast noch eine Position zum Abstechen. Schöne. 3,50er Hits am Stück durch. Und deine Rüstung haben wir gar nicht bekommen. Krass. Das ist eine Frechheit. Obwohl wir da gar nicht viel drauf rumgeprügelt haben. Fand ich jetzt persönlich. Aber. Vielleicht sieht das Spiel das ein bisschen anders. So, jetzt hat er eine Missing Ear und ein Ripped Ear. Rikki, deine Ohren. Du musst ein bisschen mehr auf deine Ohren aufpassen. Habe ich so das Gefühl. Die ist nur so ein Gefühl. So, 66 eigentlich schon ganz okay. Ähm. So, ich habe jetzt plus 3 Fatigue genommen. Ich nehme mir noch 4 Range Defense mit. Oder nehme ich mal, ich glaube Resolve. Ich glaube, Rikki würde ich nicht behalten. Also würde ich die Resolve fixen. Du bist nicht so früh dran. Dann könntest du mal Rotate nehmen. Damit du ein bisschen rein rotieren kannst, hoffentlich. Um ein bisschen hin und her zu switchen. Oder raus rotieren halt. Rotation ist schon sehr, sehr nice. Und um die Battlefield fixen. Du bist der Fischer. Du hast einen Haufen HP. Mega viel HP. Grenze. Plus 4. Plus 2. Plus 2. Wir müssen ein bisschen die Resolve fixen, wenn du das machst. Wir könnten dir natürlich jetzt Overwhelm geben. Oder Underdog. Weil du Frontline tanken sollst. Also auf jeden Fall wirst du Nimble demnach. Hmm. 31. Shieldexperte wird mir irgendwie auf 33, 34 kommen. Defense. Dann hat wir halt noch plus Dodge. Das macht 10 Fatigue. Und wir kriegen also 5 Fatigue pro Runde. die wir uns accumulaten. Accumulaten. Hmm. Taunt ist glaube ich auch nicht so schlecht. So ein bisschen CC'n. Oder halt wie das Rotieren zum Rein- und Raus-Switchen. Weil die Leute schon ein bisschen was gefressen haben. Ich weiß gerade nicht. Wie viel kostet mich ein Diske? Habe ich es hier? 25 Fatigue und 3 AP. 3 AP heißt, ich könnte dann keinen normalen Attack. Also nur einen normalen Attack machen. Ein Hand Attack. Ich habe jetzt aktuell keinen Lone Wolf aufgestellt. Und Lone Wolf würde ja 15% Bonus auf alles mögliche kriegen. Könnte ich mit ihm vielleicht sogar immer überlegen. Tatsächlich. Weil er ein ganz guter Resolve hat, dass ich ihn einfach weit weg stelle. Müsste aber noch... Das kriegt glaube ich erst, wenn er Nimble ist. Woher nicht. Dann müssten wir wahrscheinlich... Da hat er glaube ich nicht genug Defense. Hätte man ja wahrscheinlich jetzt zwei Handwerke geben sollen, wenn wir sowas machen. Und einen höheren Skill. Oder gehen wir in die Dagger Mastery, damit er dreimal daggern kann. Und dann mit Overwhelm schön Pieks, Pieks, Pieks machen kann. Einfach direkt. Oder wir nehmen ihn halt doch Underdog. Mit er da keinen Abzug kriegt, wenn die Leute ihn umrunden und er dann nicht komplett verprügelt wird. Uff. So viele gute Sachen. Ich glaube ich würde ihm erst mal Underdog geben. An meinen Rändern. Sexy kann das wahrscheinlich genauso kriegen direkt. Aber er könnte Brawny noch gebrauchen. Er trägt schon relativ viel. So eine heftige Rüstung tragen, so wie das aussieht. Das ist so meine Idee. Wenn er mehr Fatigue hat, dann kommt er wahrscheinlich so auf 75 Fatigue. Hm. Das ist zwei auf jeden Fall. Plus drei. Zwei, I guess. Welche Waffe ich ihm geben will, glaube ich, noch nicht so ganz klar. OOM ist Quatsch auf ihm. Gäme ihn halt auch Rotate. Nein, du kriegst auch Underdog, damit du hier mit dem ein bisschen tanken kannst. Wir haben doch wieder 350 Kronen verdienen. Wie viel verliehen wir vor Tag? 150. Also wenn wir dafür einen Tag brauchen, haben wir 200 Kronen plus gemacht. Ist ja ganz okay. Habt ihr leider sonst nichts anzubieten hier so wirklich, außer dass das Essen billig ist. Oh, Tag ist aber einmal ein Essen done, deswegen soll ich das vielleicht mal hier tauschen. So, nochmal drei Tage essen. Also jetzt wieder länger hält. Index ist die verbesserte Variante, oder? Index sollte die verbesserte sein. Ja, die hat nämlich einen Wert. Die sollte man dann auch entsprechend reparieren. Immer noch einen besseren Speer, die wir aber fast nicht mehr nutzen. Und aber trotzdem reparieren. Das hat leider keinen Wert. Ja. Wie ist denn hier Verkaufswert? Ja, wir sollten aber hier nicht so viel verkaufen. Nichts, was nichts sein muss, sollten wir hier verkaufen. Dann könnten wir in den Süden gehen, oder wir gehen dann wieder nach Brunndorf. In Brunndorf oder Allied, ne? Brunndorf ist Allied. Da können wir auch langsam mal versuchen zu verhandeln, dass wir bessere Conditions kriegen für unsere Sachen. Achso, ja, jetzt können wir auch in Wackerfeste eigentlich gucken. Auch Missionen habe ich völlig vergessen. Wir hätten in die Feste gehen können, weil wir jetzt hier Dingensmissionen annehmen dürfen. Noble Missions. Ich weiß gar nicht irgendwie. Oh, für einen Fabknecht. Aber das kriegt die Militia, glaube ich, ganz gut hin. Müssen wir, glaube ich, nicht mit eingreifen. Hier ist schon ein Noble Contract. Hm, 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 hm. Hier gibt es keine. Wie ist hier Verkauf? Da können wir schon ein paar Sachen raushauen. Die Schwerte repräsere ich sowieso nicht. 20er Wraps brauche ich, glaube ich, auch nicht mehr. Die 45er ist schlechter. Dann haben wir hier. Einmal Quiver, einmal Quiver of Bowls, einmal Quiver of Arrows. Sehr gut. So, kann man eins noch davon verkaufen. Ja. Wir wollten ein bisschen auf das Taxi der Mist gehen, damit wir das Snake Oil freigeschaltet kriegen. Wenn Winterhall geht's up und goes to his window, Storbschekl's head und turns to his table, he takes a slow measured seat. At first I got word that it was brigands, then I heard it were raiders from the coast, then the survivors began to talk. Now you know what my problem is? You shrug. Does it matter? Man raises an eyebrow. Greenskins, zersort. That's who it is. They are rampaging around Zandfels and I need you to stop them. Does it matter now? Let's talk around. Rest assured, that what I am offering now, the prime price for your work. 1400 hört sich eigentlich okay an. Hört sich eigentlich okay an. Ich würde mal speichern, weil wir scheinen eine Greenskin-Campaign hier zu machen. Also, Orks. Haben ein anderes Problem. Ich akzeptiere das mal, aber wir müssen nochmal hier reinschauen, wegen Tools & Supplies. Ohne Tools & Supplies wird es ein bisschen schwierig, Sachen zu reparieren und vor allem unsere Rüstung ordentlich pflegen. Marauding Greenskins, die machen ziemlich viel Rüstung platt. Ach fuck. Hier. Gerade Nacht. Jetzt müssen wir nochmal kurz campen bis zum Morgengrauen. A few brothers come to you looking rather worried. They say, Masumoto, the cultist, has been sitting with Volmar, the fisher, for a few hours now. Can you ask the men? Yeah, show him the darkness. Masumoto, plus 12, Volmar, the fisher, has been converted to a cultist. The walking dead are terrible curse upon men. Let us burn some of their lairs on the ground. Destroy your poor locations. Beset by Undead to prove the company's proud weather is part of contract. We shall outfit contingent of at least three men with heavy armor. To act as a bulwark against dangerous opponents. The company lacks component, 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 Competent archers. Meine Fresse. Archers, weiß ich nicht, wie schnell ich die kriege. Aber die heavy armor will ich sowieso versuchen. Mit 230 durability. Das, let's go. Wir wollen Leute mit 230 durability armor ausstatten. Let's go, let's go. Quasi, wir können hier sogar ordentlich plus machen, weil die haben gerade, ah, Public Execution Service, Essen teurer. Spannend. Wir haben nur noch für zwei Tage Essen, deswegen würde ich das nicht mehr wollen. Ich hätte aber gerne das hier zweimal. Es ist, der Preis ist okay, aber, ja. So is es halt. Wir müssen irgendwann auch mal ordentliche Leute holen. So ein Hedge Knight wäre auch ganz geil, aber damals Geld noch nicht für. Raining Whore, Weapon Myth. Hier wäre ein Fencer. Fencer Sword, dann müssen wir erstmal gucken, ob wir das schaffen. so 230er Armor, was ist denn 230er Armor? Das ist hier die Scale Armor mindestens, also 6K, wenn wir sie kaufen müssen. Uff. so ne, die Lamenlar, Lamenlarhahn, das ist 4,6K. Moment, jetzt muss ich mal kurz gucken. Have three pieces of armor and helmet. Helmets zählen auch. Das sind 230er Helm. Oder 15, 250. Die Helme sind günstiger. Tatsächlich vom Beschaffungswert her. Die Helme sind günstiger. Ich würde immer noch gerne meine Munition verkaufen wollen. Mit viel zu viel Ammunition. Dabei. Das sind doch Untote hier, oder? Ne, Goblin Raider. Moment, Goblin Raider ist mir aber auch egal, oder? Auch Greenskins erzählen die Goblin Raider dazu. Das ist ja natürlich scheiße. Das ist natürlich doof, weil diesen Range, ne? Gar nicht so kacke in Range normalerweise. Die ist schon vergiftet. Die ist noch alle auf den gleichen? Ne, die Schweine. Ach, come on. Also Ben wird nicht gemocht von den Goblins. Seien wir mal ehrlich. Hätte er vielleicht zuerst da drauf rufen sollen. Du bleibst, glaube ich, erst mal hinten. Ich muss schon eine gewisse Aggressivität an den Tag legen. Würde ich behaupten. Geh mal direkt dran, um uns hinter den sozusagen zu verstecken. Da. Und ich würde dich, glaube ich, runterschubsen wollen. Genau. Ähm, Sono, the cultist. Sono geht auch mal mitten rein. Ricky. Ricky. Du stehst jetzt, glaube ich, auch auf Nahkampfreicher. Wollte ich gar nicht, wollte eigentlich weiterlaufen, aber das hat nicht funktioniert. Das ist fies. Das ist fies. Das ist fies. Ganz gemeine Brise. Der eine hat fangen. Drei Leute schon gefangen. Aua. Vier. Glück treffen die Archer jetzt gerade in der zweiten Rolle nicht so gut. Machen wir erst mal den. Fünfzehn. Ah, ich bin des Arm versucht. Äh, du bist noch dran nach ihm. Ich glaube, hier soll ich von, von außen helfen. Besser. Das war ein 70er-Hit, ne? Äh, du hilfst mal dem. Oh, scheiße. Du hilfst dem wirklich. Den Schild. Arm with the shield. Na dann. Weg mit dem Schild. Der ist ja jetzt frech. Hm. Mal den machen. Ähm, 45, 40. Ja, 40 und trifft. Das ist natürlich sehr angenehm. Nicht ganz klar, warum ich so wenig Hitschains auf den habe. Aber den kriegt man hier. Ach, komm schon. Die Reichweite war fies. Das ist langsam ganz schlecht. Äh, 45, 65. Eigentlich disarmt. 61, nicht gehittet. Das ist schlecht. Das ist Code Junior, ne? Den hat man eigentlich gerade. 51, 68. Komm schon, jawohl. Mit sie ihn hat rausrotieren können. Und ich glaube, das kann ich aber noch nicht. Den kriegt man auf jeden Fall. Ja, ich kriege aber auch einen absoluten Katastrophen-Hits hier nur. Ähm. Ja, der ist ja nicht dran. Ich glaube, Junior ist direkt wieder tot. Schade. Der war eigentlich ganz gut. Vielleicht schleppe ich auch einfach direkt. Ich glaube ich nicht gut in der ersten Runde die schießen zu lassen. Äh, Code Junior gestruckt downed und so, ne? Hallo. G'sal, der ist ja auch wieder gestruckt downed, aber... Mal sehen, was dabei rauskommt bei dem Ganzen. Das ist... Das fühlt sich nicht gut an. Mal sehen, was du denn so schlechte Hit-Chance. Und dann machst du einen One-Hit, ja? Erst so schlechte Hit-Chance haben und dann One-Hitten. So, mach mal den Rund. Den kriegt man halt ewig nicht, ne? Kommen wir schon, danke. Kommt es wieder nicht dazu, irgendwas zu machen. Jetzt sind sie einfach nur niedergeschlagen worden. Das hilft schon mal. Hallo. Das ist unfassbar, Mann. Unfassbar. Die Goblin-Schilde kann man ziemlich easy zerlegen. Wie viel der dodgt, Mann? Das ist ein 49er-Roll. Ja, das ist nicht so, dass die einfach nie treffen dürften. Das ist... Die dürften schon mal irgendwann treffen. Versuchte mich... Och, fuck. Ach, come on. Und da ist Jean tot. Ich glaube, das haben wir direkt mal richtig Shit gespielt. Das hat man mal neu. Also, ich glaube, das ist schon machbar. Wir sind einfach nur... Wir haben das Kacke gespielt. Wir haben halt die falschen Leute reingeschickt. Hä? Okay, die chillen da einfach. Ich glaube, einher bugt das. Jetzt sind sie auch wieder gelaufen. Aber es läuft nicht sofort. Das sind meine Randleute. Das sind die, die auch ein bisschen umzingelt werden dürfen. Jetzt sind nachher erstmal alle dran. Ihr ganzen Nahkämpfer von denen. Ich gehe wieder auf Ben wie vorhin. Also, das machen sie wahrscheinlich, weil der relativ wenig Range Defense hat. I guess. Ich will mich hier dazwischenstellen. Das heißt, ich will mich hier eigentlich schon da hinstellen. Hm. Also, Modo gehen wir direkt auf Tuchfühlung. Und ich glaube, Revils kann es inzwischen auch. Oh, nevermind. Der hat keine Defense. Äh, ffff. Dann gehst du noch mit da auf Tuchfühlung. Sono. Geht diesem Riki aus. Geht so. Äh, geht so. Gehen hier mal mit nach unten. Jetzt werden sie alles einfangen wieder. Oder rumwerfen. Machst uns halt nächste Runde im Zweifel zu schaffen. Weil ich da nicht mit entdingen kann. Wenn sie mindestens einen Schritt laufen, können sie nur einmal schießen. Das macht schon viel aus. Und dann schießen sie wirklich einmal weniger halt direkt. Hey, fängt ihn ab. Bin ich ganz sicher, ob du da mitten rein kannst. Du bist doch. Wer bist denn du? Ja, du bist Junior nämlich. Du wirst dann nicht mitten rein. Du wirst, wenn dann... Weil dann wirst du mitten rein gehen, wenn du da hingehst. Ähm... Ne, du wartest nochmal ab. Das ist schlecht. Hm, ist noch jemand hier von dran. Du bist noch dran. Aber du wirst dahin gehen müssen, um den Rangie zu holen. Und damit ihr nicht mehr werfen dürft, muss ich gehen einen Schritt reinlaufen. Ihr dürft aber euch noch alle bewegen. Deswegen muss ich ein bisschen gucken, wo ich mich jetzt hinstelle. Ich würde eigentlich gerne da hingehen. Dann musst du aber da reingehen, um mich zu verteidigen. Damit die nicht an mich ran dürfen. An den Xeli. Dann musst du... Du kommst aber nicht da hin, ne? Ah, schlecht. Aber hier können wir noch einen Rangie verhindern. Das ist mal ein guter Hit. Das ist Junior doch wieder mittendrin, ne? Unser Blue Junior. Die laufen auf jeden Fall nicht mehr. Sie kämpfen jetzt. Wahrscheinlich haben wir ihnen zu... Zu sehr zugesetzt. Oh, das ist schlecht. Wurfsachen tun bis jetzt nicht so sehr... Also die... Die Nahkampfwurfsachen tun nicht so sehr weh. Gibt es schlimmere Sachen. Das ist ein Speer. Den würde ich gerne mal entwaffnen. Und dann peitsch mal den da weg. Und das... Dann kannst du hier hingehen, würde ich sagen. Wo ich jetzt mal auf Defense bin. Uwe ist mal auf Defense. 58, 61. Bis später nochmal dran. Alles ungünstig gerade hier. Der hat wenig Lust. Das ist sehr gut. Gehen wir noch hier nach unten mit einem Schritt. Dann hier sogar noch einen Schritt. Es ist wieder ein Gelaufen. Das heißt, er kann aber nur einmal schießen. Ja, die wollen alle auf ihn. Uff. Du hast zum Glück... Okay, also irgendwie funktioniert das mit dem Entwaffner bei mir nicht mehr. Gefühlt. Aua. Aua. Also im Grund dürfen die trotzdem immer noch angreifen mit den normalen Attacken, was nicht cool ist. Was ganz und gar nicht cool ist. Kade. Kade. Ich darf hier hinlaufen und noch attacken, ne? 87er, der nicht trifft. Das ist ja so traurig. Das ist... Was ist mit dem Spiel los hier? Ich habe mir jetzt keine Hits mehr. In keiner Form. Irgendwie. 41. Hm. Mehr als einen wegknüppeln, konnten wir da nicht machen. Wir können den hier noch versuchen wegzustoßen. Und hinterher zu laufen. Das ist nämlich tatsächlich nur noch der, der auf den Lowey hauen kann. Aber es könnte trotzdem zu ungünstig werden. Der hat kein Rotieren, ne? Hat der auch nicht. Usable Perks. Ricky hat Rotieren. Aber Ricky ist nicht rechtzeitig dran. Puh. Hat nicht getroffen, diese Runde. Hat den schon gebrochen. Der hat den Finger. Der mit? Irgendwann habe ich keine Ausdauer mehr. Ich dachte mal, ich hätte mehr Ausdauer. Das sieht gut aus. Dann kann ich noch einen Schritt weiter gehen. Ähm. 15%-Chance. Sollen wir, glaube ich, lieber Zeit kaufen. Das ist auch kein... Aber du kannst ihn wieder wegschubsen. Ricky kann da reinlaufen. Und die Juhu-Sagen. Der läuft schon. Ergeben, schieß mal. Gieß mal. Schlag mal auf den. Aua. Ah, shit. Ah, shit. Eigentlich gut, dass das Gift nicht mehrfach stackt. An der wenigen guten Sache an Gift. Oh, sehr gut. Jetzt werden schon sehr, sehr viel mehr. Hm. Ihr seid noch dran. Dann warten wir mal lieber. Dir geht es nicht mehr so gut. Blocks einfach mal. Juniurchen. 5% hätte man, glaube ich, nicht machen sollen. Das hätte man, glaube ich, einfach das zuschlagen, sparen. Da hat man noch einen guten. Gut, du kannst halt einfach. Du musst dich halt hier mit durchschnetzeln. Jetzt ist so ein bisschen... Jetzt geht's rund. Wenn wir uns mal hier hin... Den kriegt man nicht mehr. Leider Gottes. Helfen wir hier mal mit, glaube ich. Er soll eigentlich nicht mehr treffen. Schade. Wir kommen, glaube ich, aber trotzdem nicht mehr an den Dude hier ran. Der holt ab. Der ist eh zuerst dran. Also immer... Pusht. Der ist eh zuerst dran. Aber das war ganz gut. Wir haben minimale... Ein paar Verletzungen haben wir schon gekriegt. Aber es geht. Sehr schön. Wir haben den ersten Noble Contract abgeschlossen. Das ist doch gut. Das ist doch sehr, sehr schön. Und sogar mit relativ wenig Verlusten. Rebels ist ein Upgrade. Plus 2 auf jeden Fall. Plus 2... Plus 3 würde ich sagen. Machen wir ihm auch noch Rotate rein oder nicht? Oder Shield. Ich glaube, ich bin Shield Expert. Du wirst die paar Punkte schon brauchen. Hier plus 3 auf jeden Fall. Dann wahrscheinlich auch hier plus 3. Du hast so... Nee, du hast so niedrige. Du kannst sowieso nicht mehr wirklich... Du hast ja keine Initiative mehr. Also dodgen wollen wir mit dir sowieso nicht mehr. Du hast ja minus Resolve und minus Inni. Abbruch. Ach, das ist natürlich... Abbruch, Abbruch. Tatsächlich schon irgendwie realistisch. Ja, lernen wir schneller noch. Gucken wir mal. Werden wir irgendwann ersetzen müssen, die ganzen Leute. Mit schlechten Verletzungen. Werden wir irgendwann skippen müssen. 1.400 und normal rolling Greenskins anymore. So, 1 bis 3 Tage. 1 bis 3 Tage. Minus Maximum Fatigue. Range Skill, Melee Skill. Damage Inflicted. Damage Inflicted ist bei dir eh nicht so wichtig. 1 bis 3 Tage. Was haben wir denn hier? Warum bist du denn? Du hast ganz gute HP. Du hast aber... ... eine katastrophale Fatigue gerollt. Keine... Okay, danke. Du hast aber minus Melee Skill. Du hast dafür gute Vision... ... gute Defense... ... richtig geile Fatigue... ... und gute HP schon. Hm, dann fängst du bei 52 an. Bin jetzt besser als ein Kultist, aber... Hübsch ist was anderes. Gehen wir wieder nach Kronkogel runter. Um günstig Sachen zu kaufen und zu verkaufen. Du, 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 du. Wisst ihr welche Musik ich mir dachte, die auch ganz gut zu dem Spiel passen könnte? Die Musik von... ...Dead Cells. Tatsächlich. Dieser hat sich für mich eigentlich ganz gut angehört. Grave Digger. Ich will natürlich Milizien mit reinnehmen. Die hat ein bisschen mehr Defense. Nicht so viel HP wie manche andere. Das hat maximal 60 HP. Wer eine Grave Digger zum Beispiel 64 HP haben kann. Aber sie hat halt die bessere Potenzial für Defense. Sie können mit sieben Defense starten. Und mit einem deutlich besseren... ...Milli Attack Skill. Resolve. Wird für das Resolve vom Grave Digger besser. Sehr spannend. Ha. Ha, 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 ha. Hm, dann haben wir hierfür einen Auftrag. Karawane. Need to be paid more for this. No way. Hm. Könnte waren wir Sudebush. Zwei Tage nach Norden. Nach Sudebush könnten wir mal wieder gehen, würde ich sagen. Das hört sich sinnvoll an. Ähm, essen brauchen wir dann aktuell gerade nicht. Das brauchen wir nicht verkaufen, um uns dann für 71 was Neues zu kaufen. Das ist irgendwie Quatsch. Wobei doch, das ist dann 25er. Doch, doch, doch. Mal mehr. Mehr essen. Ähm, 21 pro hier an Dingens. Da sollte man glaube ich nochmal ein bisschen reparieren. Weil die glaube ich schon einiges wert sind, wenn sie repariert sind. Also das da. Bei denen auch eigentlich, ne. So. Ich kann mal einfach so verkaufen. Bei dir bin ich mir nicht sicher, ob ich den Polearm haben will oder die Ex. Ich glaube, ich will lieber die Ex haben. Weil wir den Polearm, dieses Ranziehen, mache ich eh nicht. Dieses Hookblade. Von daher dann glaube ich lieber so. Braucht man nicht so sehr. Hier haben wir noch drei mit, würde ich sagen, direkt. Ähm, der Rest, Medical Supplies und so, passt noch. Hm, sonst gibt es hier kein Gebäude, ne. Ja. Würde ich sagen, wir machen Nasudobusch die Karawane. Das nochmal umsortieren. Könnt ihr hier mal wieder Deggo austauschen. Oh, wir haben hier ein Level Up. Code. Plus drei ist schon mal geil. Plus fünf, plus vier, plus fünf. Colossus, let's go. Aber dann würden wir ihn trotzdem glaube ich austauschen mit Danjushka. Und wenn wir jetzt noch einen Verletzten hier in der Frontline. voll mal, du Fischer. Wird mal ersetzt mit Deggo, dem Brawler. Ja. Wem müssen wir loswerden eigentlich hier? Bist ein Kultist, aber dich wollen wir trotzdem, ne, du, du warst gar nicht die Katastrophe. Wer war den kaputten Fuß? Den zerstörten Fuß? Wer ist denn den denn? War ein Frontliner. Ich bin gerade blind. Irgendwann hat er doch einen kaputtgegangenen Fuß als Frontliner. War immer mit Dodge. Kein Dodge, kein Dodge, kein Dodge, kein Dodge, Dodge. Du bist aber noch fein. Als Ben. Du nimmst als nächstes Nimble. Und kriegst noch weniger Damage ins Gesicht. Du bist dann mit 9 und 7 bei 16. Hm. Ein Punkt drüber, dammit. Du hast noch keinen Dodge, du nicht, du nicht, du aber. Aber du hast nur ein bisschen, du hast Minimalinitiative runtergenommen gekriegt. Du hast noch keinen Dodge. Abbruch könnte man noch zu nem... Was machen, wobei das Resolve ist halt doof. Also der wäre schon... Abbruch wäre schon jemand, dem wir opfern wollen würden. Und Vollmer, der Fischer ist eigentlich auch noch fein. Der hat noch keine Verletzung, ich bin irritiert. Egal. So. Das ist irgendwie ein super safer Hafen tatsächlich. Weil hier ein offenes Gebiet ist. Wenig Wald. Ist nicht irgendwie, dass ständig Banditen da rumlungern. Es ist nicht auf der Seite von der Wildnis. Es ist auch nicht so, dass die... Die Orks und Goblins da ständig kommen. Ich frage, ob wir jetzt ne Greenskin Invasion kriegen tatsächlich. So viele Goblins wir haben, würde ich sagen, ja. Goblin Wolf Rider. Gegen die werden wir uns wohl verteidigen müssen. Oh ne, die jagen die Passanten. Ja, das ist auch okay für mich. Hier wird übrigens gefightet bis zum Gehtnichtmehr. Spannend. Sonnmeer. Was geht bei euch? Ihr habt nen Dreier-Contract. Können uns wieder Hunde kaufen. Würde ich, glaube ich, machen. Würde ich gerne machen. Dann hat Sono jetzt erstmal nen Hund. Bark the Bordog. Du hast da sehr kreativ, Sono. Und Spirit ist Bens Hund. Wie ist bei euch der Verkaufspreis? Richtig. Kann ich nur sowas hier verkaufen, was nicht so nen Unterschied macht. Aber bei euch ist das hier günstig. Mal her. Das ist sehr, sehr günstig gewesen. Hier gibt's noch einen Hundemeister. Weiß man nicht, ob der Hundemeister, ob der irgendwas Geiles kann, weiß ich nicht. Aber er ist gefühlt sehr, sehr selten. Und daher sollte er doch irgendwo was Cooles können, oder? Irgendeine Fähigkeit haben. Vielleicht irgendwie das Hundemeister. Erste Treppe. Oh. Und noch einen. Sehr cool Joiny. Was kannst du? Night Owl. Range Skill during Night. Range Defense during Nighttime. Plus One Vision. Spartan. Background Cultist. Harkon. Wait. Warum hast du? Also 57. Du hast einen ganz guten melee attack. Du hast jetzt schon mit 5 Defense gestartet. Hast 53 Attack und 2 Sterne und HP Sterne. Und Fatigue ist okay. HP bist echt gut gestartet. Außerdem dazu noch. The Front Cultist. Äh. Äh. The Martyrer. Würde ich dann sagen. Weil der wird. Der wird unsere Frontschwein. Oder einer der Frontschweine. Wahrscheinlich werden. Zumindest mit den Base Stats her. Sieht das sehr, sehr gut aus. Dass er ein Frontschwein werden darf. Hm. 70er. Ja. Gib mir mal die Rüstung. Und 140er Kopfrüstung. Können wir eventuell dann sogar Abbruch damit ersetzen. Obwohl Abbruch. Ne. Eigentlich nicht. Mit wer hat er denn jetzt? Die haben wir vorhin schon Rente geschickt mit dem kaputten Fuß. Deswegen finde ich den die ganze Zeit nicht. Ich bin manchmal ein bisschen neben mir. Eigentlich mal bin ich ein bisschen neben mir. Ja. Da kommen die Goblin Raider. Haben sie zwei Karawahnen gleichzeitig angegriffen. Das ist natürlich lucky. Und im Sumpf. Ihr seid doch Nahkämpfer, oder? Hier kommt doch ran. Oh. Ihr kommt wirklich ran. Vielleicht nicht ob das so smart war von euch. Muss ich mal so sagen. Okay. Oh, der Wolf darf noch mal angreifen. Das habe ich nicht so auf dem Schirm gehabt. Ich sage nicht, dass der noch mal angreifen darf. Bis mal da hin. Weil dann gehen sie vielleicht auf dich. Und dann haben sie hier schlechten Stand. Sexy. Damit, das war ein Schritt zu weit. So haben wir jetzt den Kopf abgemacht. Wir können das so nun tatsächlich one way one. Aber hier ist es sogar besser, wenn wir das so machen. Und die wollen wir jetzt nicht haben. Die würden die bloß confident machen. Unten scheint niemand zu sein. Das heißt, wir müssen mal ein bisschen mit nach oben laufen. Okay, der ist sogar im Wasser. Das ist sehr, sehr gut. Dann kriegt er Minus-Skill. Alles Mögliche. Alles Schlechte Stats. Der ist, glaube ich, auch noch im Wasser. Ich glaube, wir haben drei Attacks. Ich glaube, sie haben drei Attacks. 47, 49, 49. Erstmal den machen. Und dann nochmal ihn hauen. Ich glaube, das entwaffnen bringt leider gar nicht viel, weil das nur den Goblin obendrauf entwaffnet. Das heißt, es bringt sehr, sehr wenig. So, du musst mal nicht angegriffen werden. Nächste Runde, bitte. 60, 60. Dann darf ich aber nicht. Ich bin noch alle im Weg. Bis dahin darf ich. Nee, darf ich nicht. Fuck. Ich bin einen Schritt zu weit gelaufen. Der will nicht mehr. So richtig. Hmm, Abbruch. Ich bin irgendwie nicht da durch. Ich würde eigentlich gerne hier oben mit hin helfen gehen, aber das ist einfach alles voll. Geht gerade kein Weg vorbei. Das fühlt mich ein bisschen. So. Warte, Kopf ab. Hallo. Da war aber auch der Dude tot von der Karawane, ey. Die Ludung verschwindet, wenn er, wenn das wechselt. Okay. 55, 71. Dann lassen wir den Wolf down. Hmm. Zum Nahkampf bist du... Das ist keine Zone of Control, ne? Ach, weil du rennen willst. Deswegen. Ja, klar. Klar, wenn du rennen willst, hast du keine Zone of Control mehr. Der Wolf ist, glaube ich, auch nicht mehr so begeistert über die ganze Sache. Okay. Okay. Der Abbruch war leider nur am Zuschauen. Dann haben wir nicht in eine gute Position gekriegt. Wir brauchen halt drei AP zum Laufen. Du hast mir jetzt das Feld zugestellt, wo ich drauf laufen wollte, Mann. Wir haben zum Glück wenig Rüstungs-Damage, die Goblins bisher. Entwaffen nehmen wir den mal da oben. Sollte er wenig machen dürfen. Nächste Runde schon mal hinstellen. So, du genauso. Ne, noch eins weiter. Immer halt nie in Reichweite. So, du bist der gefährlichere von euch beiden. Aber du bist das, wo ich rankomme. Natürlich auch doof, wenn man ihn entwaffnet und dann den Reiter killt. Dann ist nämlich der, der Wolf kann plötzlich Tremmer angreifen. Das Wölflein. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Äh, Ricky ist tot. Der hat leider ein bisschen viel gefressen. Toll, bis hierhin war es alles super und jetzt ist bloß Ricky tot. Äh, das ist doch kacke. Das ist doch kacke, dass Ricky jetzt kurz vor Ende noch gestorben ist. Mist. Aber passiert. Passiert leider. Warum hast du eigentlich kein Schild? Warum hast du kein Schild? Eigentlich wollte ich gucken, ob ich ein Level abhabe. Ich habe ein Level ab. Marzo Modo. Plus drei. Plus drei. Plus vier, ich glaube. Oh, 720 Kronen. Jetzt haben wir halt einen Anwärter verloren. Das ist doch doof. Ach du, Schande. Hier ist ja alles bei euch. Holy shit. Heavy Dog Armor. Large. Ich habe auch drüber nachgelegt, eigentlich ist nur der Large Quiver of Arrows geil, weil Bowls schießt du eh nicht so viele. Aber beim Arrow ist schon nice, wenn du den hast. Craften das mal. Da haben wir nichts anderes mehr zum Craften. Wie ist hier Verkauf? Alter, elf. Wie gesagt, bei euch ist absolute Katastrophe in allem. Das kann ein bisschen Plus machen. Bisschen Torf mitnehmen. Ja, sonst geht hier halt gar nix. He puts the hands of soldiers' mind firmly. I think I know an adequate compensation for a service. You are to receive 360 Kronen. I need to pay more for this. End the nightmare haunting pseudo Bush at night. Ich habe aber keine, keine Wurfdingens dabei. Von daher ist das gerade suboptimal. Wird es gerne machen. Aber ohne Wurfnetze ist das nicht smart. Ich gehe mal nach Wolfenburg rein. Gucken wir mal, was da abgeht. Also ich glaube, für normale Contracts, die über 1400 gehen, das waren wir gerade plus 360, 1400 plus 360, fast 2000, 1900, die sollten hart sein. In drei Sterne Adelsauftrag. Ja geil, das kann ja auch nur schief gehen. Du bist ein Bastard, ne? Bastarde können insane sein, können aber auch absolute Katastrophen sein. Wann habe ich gerade kein Geld für dich? Mein Chef hat das gemacht. Kannst du glauben, dass das horrid und schrecklich ist? Du bist nicht so, wie du es möglicherweise verstehen kannst, wie der Welt dieser Mann ist, in der schaffende gute Essen zu Hähn ist normal. Aber ich würde es gerne probieren. Hier ist Rüstung ziemlich günstig. Hier sollte man auch häufiger hingehen, um Rüstung zu kaufen. Generell haben wir, glaube ich, noch ein paar Leute mit Frontline. Also eine Frontliner Rüstung ist irgendwie noch missing. Wie ist hier der Verkaufspreis eigentlich? 17. 17! Essen hätte ich, glaube ich, ganz gern nochmal. Will ich hier jemanden rekrutieren? Ich glaube eigentlich nicht. Weil der ist zu toll. Also den würde ich mir probieren, wenn ich genug Geld hätte. Deswegen nochmal alles. Bin ein bisschen paranoid gerade. Save Campaign. Save Campaign. Accept this contract. Let's go. Golden Order. Ich muss doch wieder Elden Ring spielen, sagt das Spiel mir. Die Goldene Ordnung. So, es wird spannend, was dort drin ist. Durch das Verstehen, das ist wohl Goblins und keine Orks. Wo ich ehrlich gesagt mit Orks lieber zu tun hätte. Lords of Ork Young. Oh doch. Lords of Ork Young würde ich probieren. Oh, und some Ork Warriors. Das hat sich gerade geändert. Fuck. Ähm. What? Ähm. Stell mal dich auf die andere Seite. Ähm. Hä? Die prügeln sich die prügeln sich alle gegenseitig? Wait, what? Das sind auch 23. Das ist irgendwie ein 3 Army Fight mit unterschiedlichen Ork Fraktion. What the fuck? Fuck. Fuck. Du bist ein Ork Young. Du bist ein Ork Young. Was die scheint irgendwie die Ork Warriors scheinen nicht dazu zu gehören. Ich hätte vielleicht den Text lesen sollen. Wäre smart gewesen. Weil die prügeln sich hier. Die Ork Young und die Ork Young. Nice. Gut, erst dann. Danke dafür. Sollten wir vielleicht eine Seite auseinandernehmen? Ja, die sind hier drunter und prügeln da. Also nicht zu welcher Fraktion die gehören. So wirklich. Auch dran, oder? Ich muss auf jeden Fall noch dran. Au. Okay. Orks, die zuschlagen, sind gefährlicher als ich es vermutet hatte. Also, irgendwie werden die Warrior hier zerprügelt. Fühlt. Ich bleib's mal bei den bei den Jungs hier. Du gehst mal damit helfen. Ja, jetzt sind sie leider konfident. Das ist ein bisschen der Knackpunkt daran. Holy shit ey. What is happening? What is happening? Au. Au. Vielleicht will ich doch mit denen nicht in Nahkampf. Ich bin jetzt... Ich bin nicht in Nahkampf. deliberiert... ... ... ... ... ... ... Also die Org-Yang kann man schon machen, dass die Org-Warrior drin sind und confident werden, ist tatsächlich was, was mich ein bisschen positiv stimmt. Will ich jetzt mit Masumodo da rein? Wahrscheinlich schon. Okay, da wird die Prübel auf den auch noch ein. Okay, sie gehen nicht auf mich, spannenderweise. Das finde ich unangenehm. 60 Prozent. Da bin ich eine Weile noch nicht dran. Ich glaube ich den Hund neben uns setzen. Und dann das machen. Einfach nur um dem noch ein bisschen Bonus-Hits-Chance zu geben. Unangenehm, ne? Weil der hat echt viel und der wird auch gut treffen. Jetzt kommt ihr halt doch ran. Was? Rotate, ne? Kannst hier noch rotieren. Hol den mal da raus. Danke. Schön auf den Body. Wie haug Scheiße. Oh. Dü-dü-dü-dü-dü. Laniushka Niedergeschlagen. Das war echt heftig. Der wird einfach auf meinen Rangy. Der wird permanent auf meinen Rangy. Oh, Schildspalten ist davon aber doof. Die müssen ja jetzt stunnen können. Das wäre schon sehr, sehr, sehr hilfreich. Kann ich aber nicht. Ist der wieder, der hat wieder Plus gekriegt, ne? Anstatt Minus. Der ist leider, glaube ich, also trotzdem relativ stark. Wir sind jetzt erst langsam durch die Rüstung durch, hier. Wir haben keine Ausdauer mehr, wo wir durch die Rüstung durch sind. Au. Aua. Der geht niemals auf den Hund, ne? Er ignoriert den Hund einfach komplett. Ja, die schneiden jetzt meinen guten da auf. Weil ihr aber da oben 300 Jahre gebraucht habt, um mal zu zweit einzukillen, ne? Macht dann halt schon viel Damage, aber jetzt. Ja. Das war abzusehen. Sono wurde gestrucktaunt. Das ist sexy. Muss man hier die Seite decken. Im einen Ork-Warlord gekillt. Oder Ork-Warrior. Das ist, glaube ich, sogar. Das sind nicht mehr Ork-Warlords. Das ist einfach Warrior. Und da kommt der zweite angelaufen. Man, shit. Und der dritte, glaube ich, auch noch. Das ist, ja. Ich sehe da Schwierigkeiten, sagen wir mal so. Sind wir mal ehrlich. Könnt knapp werden. Amor Wuffy. Amor Wuffy. Ja. Der blutet schon mal. Das ist gut. Moment, ist das noch ein Warrior? Ne, das ist ein Ork-Young. Okay. Ach, der Wund ist auf den gegangen, deswegen. Wir müssen uns mal gucken, ob wir das überleben hier. Gehen wir auf den und hoffen, dass er uns nicht direkt K.O. schlägt. Bist du auch noch ein Warrior? What the fuck, my life? Du bist zwar schon super angeschlagen, aber what the fuck? Mit Ork-Young und allem dabei ist halt echt ungünstig. Ich habe keine Ausdauer mehr zum Peitschen. Die Hunde haben wirklich relativ viel ignoriert. In der nächsten Runde bist du so oder so tot. Ich würde sagen, trifft doch den scheiß Body. Da noch so viele Warrior haben, ist halt echt ein Problem. Komm schon, wofür, jetzt frisst den da. Ja, finally. Sehr gut, haben wir den down. Der, irgendjemand muss den wegschubsen. Mein Boy. Kann ich, kann Ork-Warrior nicht schubsen? Oh, scheiße, ey. Das ist schlecht. Vielleicht, dann staubt jetzt Xan wahrscheinlich bei der Aktion. Auch wenn ich den nochmal entwaffnen konnte, aber pfff. Ich glaube, gegen den wäre sogar das Pieksen besser. Weil du einfach ewig nicht durch die Rüstung durchkommst, sonst. Kommst sonst ewig nicht, ich probiere das jetzt mal. Ja, wenn es treffen würde. Xan, es wurde gestruck downed, wurde nicht gekillt, tatsächlich. Das ist schlecht. Den Stiefelkreis habe ich nicht so gewollt. Ich glaube, ich muss da eher helfen. Als hier unten. Was, ist das noch nicht rausgerollt? Aber du hast schon... Oh, du kannst aber nicht mehr. Ach, scheiße. Das ist schlecht. Du hast keine Ausdauer mehr. Und sie gehen halt immer auf meine Barangies, auf meine Backliner durch. Und ignorieren alles andere und schubsen darfst du dann nicht. Und du bist halt noch ein Warrior, Mann. Ach, scheiße. Das Schild kriegt man nicht mehr mit einem Schlag durch. Das Schild kriegt man nicht mehr mit einem Schlag durch. Ich kann ihn nochmal overwhelm, aber ich glaube, das nützt nicht viel. Na ja, da ist noch jemand tot. Rebels. Also ich habe das Gefühl, es bringt nichts, damit zu gehen. Von daher nehmen wir wieder die guten Waffen. Scheiße, Mann. Hallo, sexy. Wunderschönen guten Tag. Das könne sein, dass das hier übel nach hinten losgeht. Ja, Orks sind sehr strong, merke ich gerade. Und ich habe leider keine Ausdauer mehr auf meinen ganzen Boys. Und du stirbst, glaube ich, jetzt gleich. Ja. Und jetzt rennen sie. Das ist halt schlecht. Und damit gewinnen die Orks. No! Das war ein fucking Ork Young eigentlich angezeigt. Und plötzlich haben wir irgendwelche Riesen-Orks dabei. Ey, das ist... Neu. Es sind so viele gekillt worden. So, ist aber jetzt auch eine Frechheit. Hier stand gerade Ork Young. Jetzt habe ich hier Ork Warrior. Your scouted port is in the following. Und die prügeln sich gegenseitig. Aber hier noch Regen. Also es ist genau die gleiche Aufstellung von den Leuten. Und die Ork Warriors sind gegen die Ork Young. Also wir haben ja irgendwie zwei Ork... Ork Vereine zusammen. Das heißt, die prügeln sich hier, ne? Wir haben begrenzt Zeit. Wir müssen eigentlich die Warrior raus, denn die Young sind weniger dieses Problem. Ja, das ist krass. Das ist der Punkt. Und am Ende hat jetzt zwei Ork Warrior übrig. Genau, das ist der Punkt. Das ist krass. So, ich kann aber dich doch... Mal sehen, was schon was gebracht hat. Ja, wusste ich auch nicht. Aber du wirst gleich sehen, dass die hier, der Ork Warrior, wenn wir versuchen, den Young hier kaputt zu prügeln. Hat mich auch irritiert. Hier, da. Die prügeln sich gegenseitig. Das ist eigentlich eine Ork Bastion. Und plötzlich fangen sie an, die Ork gegenseitig zu verprügeln. Das ist... Ich war völlig verwirrt, wo es hier gerade losging. So, das wollen wir natürlich... Eigentlich theoretisch wollen wir den hier, ne? Den Warrior mit nerven. Weil das ist ein Ork Young gegen die beiden. Machen wir mal so und hoffen, dass das überlebt, der Dekko. Der hier steht noch im Low Ground, ne? Ich würde gerne mich erstmal raushalten ein bisschen. Mal gucken, wo die sich so hinbewegen. Okay, die prügeln sich da oben noch. Die Ork Young kann ich eigentlich relativ ignorieren. Die sind super schwach im Vergleich zu den Warrior. Ich glaube, ich habe vier Warrior insgesamt. Irgendwo hier drüben ist nämlich auch noch einer. Die, um die ich mich kümmern muss. Weiß ich vielleicht eher schon in die Richtung. Oder halt den da unten. Wäre auch eine Option gewesen. Okay, der geht auf mich. Habe ich nicht so antizipiert, aber ist dann wohl so. Wie gesagt, in einem Plattkriegen war schon das Problem, dass ich dann keinen Ausdauer mehr hatte. Hallo. Okay, der haut nicht auf mich ein. Das ist sehr geil. Der haut auf die anderen Ork Young links ein. Die um ihn rumstehen. Das ist ja eigentlich ziemlich geil. Scheiße, da habe ich die Leute dumm platziert. Da habe ich die Leute dumm platziert. Ich hoffe, dass wir die Moral berechnen können, ja. Ich will eigentlich nicht auf die Ork Young links, die ihn ablenken, gehen. Von daher will ich ihm auch eigentlich... Ja, keine Ahnung. So. So, können wir dich... Nee. Können wir erstmal dich haben. Dann wollen wir dich da entwaffnen, damit du dort nichts mehr machen kannst. Das ist sehr geil. Wenn du im Zweifel verprügelt wirst. Ich habe halt auch keinen Anhaltspunkt, wer hier wohin gehört, ne. Wenn man so irgendwie ausnutzen könnte, welche Ork, wo... Welche Fraktion gehört. Das ist einfach völlig unklar. Ey, nicht auf mich schlagen. Ich helfe euch, ihr Deppen. Wir gehen mal hier rein, um den da wegzumachen. So, wir wollen den damit erhaben, ja. Schön, was dann. Schön, was dann von ihm. So, haben wir den schon mal down. Wir brauchen die dicke Axt gegen die Rüstung von ihm. Haben wir schon zur Hälfte down die Rüstung. Du kannst dich mal ein bisschen ausruhen, würde ich sagen. Du gehst hier mit rein, würde ich auch sagen. Weil hier wird gleich vorbei sein, wenn wir nicht alle hier hochmoven. Ich bin da nicht sonderlich schnell. Insgesamt. Die prügeln sich noch. Die beiden und die beiden sind irgendwie die, also das ist so 2 gegen 2 hier oben. Das ist, glaube ich, vollkommen okay. Du bist nur am entwaffnen, damit er dort oben weniger prügeln kann. Hunde will ich jetzt eigentlich gerade nicht geben, weil die sonst wohin rennen könnten. Ja, wobei, der Fun, Wuffy. Da oben warst du nicht so smart. Oh, scheiße. Da hat wohl ein 75er, der nicht gehittet hat. Das ist nicht gut. Ich kann diese Runde noch nicht angreifen mit dem. Ihr macht dann oben euren Scheiß. Das ist eigentlich ganz okay. Ich kann keinen Wund platzieren, deswegen hauen wir einfach auf den ein. Wir wollen gar nicht, dass ihr komplett braked. Deswegen haben wir dich mal mit hier hin. Oh, da kommt noch ein Youngling. Der, der ein bisschen mit Action macht. Sehr gut. Wir haben abwarten tatsächlich mit dir auch. Wir müssen uns hier nicht einmischen da unten in dem im Chaos Fight. Irgendwo hier rechts oben ist auch noch ein Org Warrior. Tatsächlich im Prinzip jeder Himmelsrichtung ein Warrior. Wie gerade hier können wir eh nicht viel besser rein. Wir können natürlich jetzt versuchen, noch mit Younglings wegzumachen, aber eigentlich helfen die uns gerade eher, als dass wir denen irgendwie helfen sollten, denke ich. Hätten vielleicht auf den noch gehen können. während er auf die Younglings geht. Ja, das Weglaufen war nicht so smart, mein Freund. Guck mal, noch einen, der mit da drauf gehen kann. Der rennt da oben. Okay, er hat keinen Bock mehr. So, 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 so. Aufstellung. Oh, shit. Hundi, was machst du? Du bist doch, ach, bist doch erdeppert. Erdeppert bist du. Sorry. So, die Rüstung von ihm ist durch. Nice. Jetzt muss ich mich aber aufschneiden. Ich will eigentlich auch versuchen, die da, die daneben stehen aufzunehmen. Der rennt nämlich schon. Sehr gut. Das ist unsere Wunderhose. Das ist absolut doof. Ich denke, ihr gehört zusammen. Ihr wollt auf den wahrscheinlich jetzt gehen, ne? Also, der macht jetzt den Last Hit, ne? No! Die XP! Er ist auf literally 1 HP. Er ist wirklich auf... Also, mein Leben. Okay. Der hilft uns noch gegen die. Da kommt nämlich der andere Org-Warrior. Und diesem Mal hat er keinen Damage gekriegt. Oder fast keinen. Der wurde nicht wirklich zerlegt bis jetzt. Ach, komm! Ach, komm! Ich würde gerne nochmal neu starten, weil ich glaube hier, wir haben die XP verloren. Der ist full. Der ist full. Ich muss noch ein bisschen lernen, wie ich den Fight machen soll. Wie ich... Was da... Also, es gibt ja auch keinen Hinweis, von wegen... Übrigens, die... ...anakieren sich gegenseitig. Äh... Das ist voll schwer. So, die hier oben machen einen guten Moshpit. Irgendwie hier 2 gegen 2. Können wir relativ gut ignorieren. Den müssen wir wegmachen, dann können wir uns hier um den Warrior kümmern, denke ich. Ähm, wir werden relativ gut ignoriert von denen. Müssen wir halt nur ein bisschen schneller machen. Also, wir müssen auf jeden Fall die Axt hier für den behalten. Den... Wir müssen mal kurz mit dem erstmal warten, weil wir müssen erstmal ihn quasi hier attacken, damit er uns nicht auf den Sack geht. Moment, das ist ja gar kein Warrior diesmal. Wait a second. Wo sind die Warrior? Diesmal sind das alles Org-Yangs. Diesmal sind das 28, aber alles Org-Yangs. Haben wir einen Reroll gekriegt? Das ist von dem Ding. Diesmal sind das alles Org-Yangs. Hä? Irritieren. Good for you. Ja, wenn es alles Org-Yangs sind, können wir natürlich einfach aggressiv durchfahren, denke ich. Weil die sind ja unfassbar viel einfacher zu töten. Und die verprügeln sich auch noch gegenseitig trotzdem, also... Haben wir schon mal den ersten down? Ja, du bist irgendwo da unten. Dann gehst du jetzt mit da rein. Das ist nämlich okay. Ähm... Dann ist das eine ganz andere Geschichte hier. Irgendwo... Moment auf dem Feld. Nee, irgendwo im Nebel. Es ist komplett 27 noch, die komplett kämpfen. Auf dem Gegner Seite. Also 27 Orgs gegen 12 Leute von mir. Wir sind halt irgendwo... Wird nicht gesagt, wo. Und du hier irgendwie meine... Meine Nahkämpfe reinläufst. Au! Aber wenn sie treffen, ist halt... Ist halt... Boah! Ist so bitter. Aua! 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 Im Mating-Ritual oder so? Keine Ahnung. Gibt's das bei denen? Auf ihr geht es... Du gehst jetzt da runter, Wofi. Ja. Da darfst du gerne hin. Apa. So, du bist mir irgendwie... So. Erstmal die Overwhelm rausholen. Die Overwhelm-Keule. Wollen die Kill haben, ne? 78 verkackt. Ich geh am Stock. Erstmal den draus nehmen. Oh, sehr gut. Wir haben den Kill gekriegt durchs Blutung. Denke ich zumindest, dass es unser war. 85er-Hit. Der ist dauernd. Seid ihr halt confident. Ihr kommt, glaub ich, gleich hier hoch, ne? Hab ich so das Gefühl? Ja. So. 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 Nee, ihr geht da runter. Okay. Das ist für mich fein. Ihr prügelt euch auch noch. Das ist ein übelstes Chaos. Holy shit. Ist das chaotisch. Ist das chaotisch. Können den reingehen und so machen. Okay, der will fliehen. Das ist sehr gut. Unser Kill. Ja, wir nehmen einfach jetzt nach und nach die Leute auseinander, die hier noch so angejuckelt kommen, würde ich sagen. Der hat z.B. auch keine richtige Lust mehr. Sexy, du kannst z.B. Nein, scheiße. Ist ganz schlecht. Wir wollen nicht im Lowground gegen die Orks falten. Die Young sind zwar ganz okay machbar, aber. Äh. Äh. Ja, genau. Genau, Didde. Hat leider keinen Hit. Kein einziger. Da ist ein Hits dabei. Das Gute ist, dass die Gegner sich stunnen, weil die dann einfach extrem viel Runden verlieren. Äh. Du darfst irgendwie mal die Backline absichern. Du machst mir erstmal nix mehr, würde ich sagen. Bei dir genau das gleiche. Äh. Du sicherst mal die Backline ab. Der rennt. Er ist auf Fliehen. Wir müssen ja bloß den ganzen Quatsch ja ausheben, ne? Das ist ja alles, was wir wollen. So. Äh. Wenn du das ein bisschen verteilst, habe ich weniger Probleme. Ich glaube, die beiden kommen jetzt zu mir. Ne, die prügeln sich noch. Perfekt. Noch besser. So. Der könnte natürlich mal das Ziel werden von dem. Quatsch. Ne. Du sollst nicht zuerst da rein. Eigentlich schon ihr da unten soll da oben rein. Oh, die kommen jetzt ja alle hoch, ne? Nehmen wir mal den, der hat noch die meisten HP und hoffen, dass die sich gegenseitig angehen. Sehr schön. Der rennt. Sehr gut. Don't mind if I finish, oder? Müssen wir den wieder hier rüber kommen. Ähm. Bin ich da jetzt rein? Der hat Half-Life. Ne, eigentlich nicht. Bleib schön da stehen. Du bleibst schön da stehen. Du machst mal noch einen Spearwurf. In dem Fall, dass sie irgendwie hier auf uns zurennen wollen. Sehr schön. Haben wir den Kill gekriegt sogar. Riecht das Zeit für mich zumindest danach aus. Wenn wir den Kill gekriegt haben. Oder? Duno hat Orkian gekillt. Okay. Schauen wir hier noch einen Hund rein. Äh. Der Hund ist ein schneller. Oh nein. Der Hund, die rennt da rein. Nooo. Wir müssen mal hier, glaube ich, nach unten und den da angehen. Der hier oben, so kann ich nicht mehr so lange leben. So sind wir noch 14 gegen 9. Das sind glaube ich alles Orkian, so wie ich das gesehen habe. Gerade. Kommen sie aber alle zu mir hoch. Ja. Okay. Nevermind. Die Hunde sind nicht smart. Die sind gar nicht smart. Leider ganz und gar nicht. Die sind eh schon konfident. Das macht jetzt nicht so einen großen Unterschied. Außer dass wir die Hunde verlieren. Aber wie gesagt, das hätte auch smarter sein können. Okay. Und sie holen uns noch ein paar Runden kurz raus. Und nicht alle hier drauf clashen. Wo viel Lauf? Warte. Warte, 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 warte auf! Warte, warte! Warte, νo, warte, warte! Come on! Sollte es da hingehen dürfen. Da gibt es einfach gar keine Ausdauer mehr. Genau, damit ist Wuffy schon mal ein bisschen aus dem Schneider. Auch nur so ein bisschen minimal. Ja, da wird Wuffy nämlich noch geschlitzt. Da wird Wuffy noch geschlitzt. Auch vielleicht nicht optimal da hinzugehen. Jetzt ist mir nicht so ganz klar, in welche Richtung wir zuerst gehen. Hier oben sind wir, glaube ich, mehr? Nein, oder? 74, zack. Blizzi kaputt. Erstmal entwaffnen, geil. Entwaffnen hilft immer sehr. Oh. Oh. Machen wir schnuffelwuff. Darfst du nicht mehr attacken, wenn du da bist? Das ist ein bisschen das Doofe. Sehr schön. Der rennt sogar. Amon Ork weniger, der kämpfen will. Ist egal. Oh, der haut sogar, der schafft er es sogar zu rennen. Wie sau. Der ist schon mal nicht mehr konfident hier. Oh, aber ich habe kein Schild mehr. Und ich bin gestunnt. Das ist ja doppelt ungünstig. Aber die haben den Hund rausgeworfen. Ich klauen dir immer das Schild. Weil das eigentlich in Ordnung sein sollte. Weil du ja gerade entwaffnet bist. So. 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 Dann halten wir den noch mal auf, pikst mal dem noch mal eine. Ne, du entspannst mal ein bisschen, dass du weiter entwaffnen kannst. Das sieht jetzt sehr sehr gut aus im Vergleich zu gerade eben, wo wir einfach komplett aufgewischt wurden. Ich hätte nichts sagen sollen, ne? Ja, den kriegt man nicht mehr, würde ich behaupten. Warum denn immer in den Lowground, du blöder Dreckshund? Hm. Immer besser machen können, glaube ich. Hätte man besser machen können. Komm nicht rechtzeitig ran, um den abzulenken von dem Hund. Aua! Würde ich sagen. Ne, reicht nicht. Es reicht leider nicht, um von dem Hund abzulenken. Er wird jetzt Wuffi killen. Oh, oh, der trifft nicht. So kommst du mich nochmal zurück, ne? Weil du noch jetzt wieder im grünen Bereich bist mit deiner Moral. Schauen wir dir mal das. Dann gehen wir auf dich. Dann gehen wir auf dich los, mein Freund. Moment, du hast keiner bewusst, äh, kein Schild mehr. Dann warten wir mal, bis jemand anders das machen kann. Ja, wieder Platzprobleme, ne? Die üblichen. Er läuft. So, sehr schön, sehr schön. Wenn er im Rennen ist, am Sprinten. Ich muss nur noch um den kümmern, der hat auch keinen Bock mehr. Okay. Ne, ne, wir wollen ihn schon haben. Ich glaub ich halt gerade nicht. Wir können sogar noch Kriegen mit Hunden. Wenn wir zwei Hunde draußen haben, könnten wir sogar noch die Economy haben, um hinzukommen zu dem, der wegrennt. Ich muss ja zweimal diesen Ork-Ding ins Neuladen, aber... Ich glaub das ist halt Teil, ne? Bei Dark Souls wird es einfach retryen und es wird als Tod gezählt werden, aber... Ja, nehmen wir es raus. Ja... Ich wollte es mir gar nicht einfacher machen, tatsächlich. Ich wollte eigentlich nur versuchen, es besser zu spielen. Nicht alle hier. Ein paar von deinen Messern laufen durch die Räume des Ork-Camp. Sie holen die Räume, schnappen diese oder diese unvergleichbare Trinkette. So eine der Kultus schreien seine blöde. Nicht alle, Sir. Do not and get the man ready to return to the Count Engelbert and Perrowinger. Hm. Also... I don't know. Aber das könnte jetzt gerade ein sehr sehr lukratives Geschäft gewesen. Für euch will ich nicht reparieren. Für euch will man, glaub ich, reparieren. Yes. Weg zurück. Und dich mal. Ähm... Ja, Strangemeat ist eh gleich durch. Ist eh gleich weg. Können wir noch kurz den Suda-Busch vorbeigucken, weil wir eh da durch müssen auf dem Rückweg. Ja, trotzdem nice gemacht. Stimmt, wir haben auch jede Menge Level-Ups. Also... Es war sehr viel Chaos und es war jetzt doch, denke ich, ganz okay gemacht. Bin ich auch relativ happy drüber, wie es rausgekommen ist. Äh... Plus zwei auf jeden Fall. Äh... Ja, plus fünf. Schneller lernen. Wäre halt nur cool gewesen, wenn man das in der normalen... Also in der... In der ursprünglichen Schwierigkeit gehabt hätte. Ähm... Du hast aber wenig HP. Wir haben sogar eure Inni gelevelt bei dir. Ugh... Also auf jeden Fall die plus drei. Wahrscheinlich doch mal plus zwei, wenn es immer auf dich gegangen wird. Und wir werden dann doch mal HP leveln. Ähm... Axe Mastery... Würde ich sagen, kriegst du dann... Ja, dann kannst du auf jeden Fall alle Schilde damit direkt zerlegen. Du hast kein Schild mehr. Hier hast ein neues Schild-Abbruch. Äh... Du hattest schlechte Resolve-Initiative. Brauchen wir also nicht mehr bei dir leveln. Aber das können wir schon noch leveln. Hm... Resolve-Initiative nicht. Dann das da. Oder Moment... Wie viel hattest du hier drauf? Plus drei. Dann nehmen wir das da mit. Und noch ein bisschen HP. Als Perk. Tja... Wir wollen dich rein rotieren. Vor allem, wenn du irgendwann mal stirbst. Also, weil traumatisiert ist schon ein sehr großes Problem. Und ich glaube, das kann man nicht loswerden. Wir haben noch ein Level-Up mit Januszka. Wir müssen übrigens hier ersetzen. Deko wird abgelöst durch... durch dich. So. Jetzt haben wir hier plus drei. Sehr gut. Wollen wir mit dir machen? Wollen wir mit dir Dodger gehen? Nimble. Du hast relativ viel HP. Da wäre Nimble eigentlich schon... schon nice. Müssen wir hier aber die plus fünf und die vier mitnehmen. Und müssen dir Dodge geben. Die minus vier minus acht. Ergibt, kriegst du noch Dodge. Let's go. Hier kann man nichts machen. Hier haben wir uns schon Sachen gekauft. Bei euch ist generell alles ein bisschen schwierig gerade. Dementsprechend gibt es hier eigentlich auch nichts, was man hier irgendwie in dem Dorf machen will oder kann. Bis wir abgegeben haben. Dann haben die nämlich die Marauding Greenskins nicht mehr. Sexy, wie ist es denn bei dir noch gelaufen letztens? Hast du noch ein paar gute Trades gemacht? Also... Verstehen wir noch nicht ganz, wie Leute in dem Spiel hier Iron Man spielen, weil... Ne? Ich habe vorher drüber gehovert über diese Dinger. Hier ist es nur Ork Young. Plötzlich habe ich Ork Warrior drin. Wie sollst du da Iron Man spielen? 2.465. Richtig lecker. Richtig lecker. Und zwar ein Noble Contract. Nicht vergessen. Es war ein Noble Contract. Wir wollen Armorer haben. Ich bin aus dem Süden wieder in den Norden gegangen. Da kann ich ein paar Brigands klatschen. Ja, die Brigands und die Thugs, ne? Die sind so ziemlich das Einfachste, was du haben kannst, oder? Also wirklich sehr einfach im Vergleich zu vielen anderen. Also es ist unfassbar, wie gut man da traden kann. Ja, die Billig-Sachen haue ich hier, glaube ich, raus noch. Die Sachen warte ich, glaube ich, ein bisschen. Moment, diese komischen Schilde, von denen können wir noch raushauen. Die sind auch fast nichts wert. So. Wir brauchen... 230 plus Durability Sachen. Tatsächlich. 230 plus. 230 plus. Kriege ich hier gar nicht. Ich kriege nur 210. 250er Helme kriege ich hier aber für 3.000. 240er für 2.700. Ich glaube, Helme zählen auch. Minus 15, minus 17, minus 16. Aber ich würde mir mal so einen Helm gönnen, weil es ja eh gerade unsere Ambition ist. Hier so ein Flat Top with Male. Hast du noch genug Ausdauer? Sono... Ah, wird langsam knapp. Langsam wird es knapp mit der Ausdauer, ne? Aber ich würde es hier, glaube ich, trotzdem geben wollen. Weil du bald auch bei Battleforge bist, dann brauchst du so oder so. Hast du Brawny? Hast du Brawny? Da ist Brawny noch nicht. Wir können dir noch mal Brawny geben. Demnächst auch noch mal, wenn wir dazu kommen. Ähm... Masomoto ist ein Kultist. Ben hat 78. Ja, hier, let's go, Ben. Kriegst du auf jeden Fall einen fetteren Kopfschmuck. Dann kann Yushka auch noch einen fetteren Kopfschmuck haben. Dann haben wir einen 70er übrig. Ich glaube, 70er brauchen wir eigentlich nirgendwo. Könnten wir halt nur unseren Backlinern geben. Wenn sie halt doch angegangen werden, damit sie ein bisschen die haben. Dann haben sie aber, wobei, die haben 60er. Also das macht keinen so großen Unterschied. Und fürs Rollenspiel behalten sie den jetzt auch. So, dann haben wir einen von unseren Ambition Fulfilled. So. Count Hermann von Peron Gehensio, a tome with some of the pages dog-eared. You think this is a dangerous affront to a material which is decidedly rare, but bite your tongue on the matter. And a nobleman asks if you know of giant dragons, sea monsters and the like. Before you can answer, Count Hermann von Peron Gehensio puts his finger on the books open page. His knuckle wraps against the drawing of a beast that's taller than an oak tree. Partly because it looks like an oak tree. I think they exist. Okay. Das ist eine Schrad-Handmischen. 191 pro Kopf und bis zu 10 Köpfe. Eigentlich habe ich gern mehr. Schrad und Lindwürm. Nope. Also. Sonst kriege ich immer ins Gesicht. Das ist auch in den mittleren Bereichen viel einfacher, aber wenn ich das hier sehe. Alter. 200 Kronen für Schrad und Lindwürm, die ich jetzt mal finden muss, ist übel beschissen. Nein. Fick dich. Mach deinen Scheiß alleine. Dann gehe ich lieber noch rein saufen. Hab doch Arsch offen, ey. 200 Kronen, wenn du mir einen Lindwurm oder einen Schrad jagst. Wie lange brauche ich und wie viele Männer verliere ich dabei? Viel zu viele. Allein Lindwurm, einen Lindwurm zu töten ist unfassbar schwer. Achso, das ist Nightmares. Da habe ich nichts passendes. Da habe ich leider nichts passendes. Hier, wo ich brauche Essen. Was essen? Dann haben wir hier einen Händler. Gehen wir wieder. Gehen wir nach Sonnenwehr. Da haben wir jetzt ja auch neuerdings Sachen. Das ist. So wie ich das aber sehe, kriegen wir hier eine Goblin Invasion. Oder eine Goblin Org Invasion. Das ist irgendwie komisch gemischt, weil ich meine. Oh. 12 Brigands. A few Poachers und many Thugs. Eine Karawane. Awww. Awww. Let's go. Free XP mitnehmen, weil die Militia schon dabei ist. Kommt zu mir, ihr kleinen Knubbelchen hier, ihr Schmarzer. Ey. Nicht abhauen. Ich komme extra zu euch. Jetzt bleibt doch da. Als ob die einfach von mir wegrennen, die Schweine. Absolute Frechheit. Erstmal hinter den Leuten herrennen. Gebt mir eure XP gefälligst freiwillig. Ähm. Moment. Du sollst nicht als erstes da reinlaufen, aber du kannst da reinrennen, glaube ich. Au. Hallo. Wir laufen mal noch hinten rum, ne. Hier sind ja schon ein paar Rangers, die wir schön dann niedermetzeln können. Let's go. Na du Best Ben, was'n los, Lumi? Hallihallo. Was'n los? Kann ich dir helfen? Oder warum hast du dich hier rein verirrt? Bezweifelt, dass es wegen dem Spiel ist. Hast du Langeweile beim Arbeiten? Oder bin ich dir zu laut? Ey. Wurde schon auch nicht geköpft. Da flogen schon Köpfe. Da bin ich einfach zum Spaß meinen sexy Freund beim Zocken zu sehen. Normalerweise willst du was, wenn du über den Stream kommst. Es ist selten, dass du einfach nur zugucken willst. Aber du darfst es natürlich gar nicht tun. Aber es ist selten. Ich hab dir einen Stuhl verstellt. Ja, ich hab mich draufgelegt. Hab doch festgestellt, dass er nicht nach hinten lehnbar ist. Ja stimmt, ich hab das umgestellt, dass es nach hinten kippt, ja. Den krieg ich sowieso, deswegen wollte ich auf den hier einprügeln. Aber, sieht nicht gut aus. Dann machen wir uns zurück, wenn du fertig bist. Hab ich nicht dran gedacht. Ey. Hört auf, meinen Jorn zu verprügeln. Und so verprügel ich euch. Hm. Ich verprügel euch wohl nicht so sehr, wie ich gehofft hatte. Dammit. Ein 90er daneben geht. Okay. Ich komm mal rum. Ich weiß nicht, wie es geht. Was? Neuer Nick? Das ist ein Titel zu Stuhlzerstörer. Ne, ich mach jetzt nicht schon wieder einen neuen Nick nehmen. Muss reichen. Ben, das Stuhlzerstörer, du, du. Ist überhaupt kein Stuhlzerstörer. Ich hab einfach ne Einstellung von dem Stuhl genutzt, die es gibt. Das hat überhaupt nichts mit Zerstören von irgendwas zu tun. Du bist ja jetzt irgendwie blöd hier rum. Stuhlzerstörer oder Ben? Oder was? Denkst du mich hier ab? Ich wollte eigentlich mal kurz mit ein bisschen XP snacken. Irgendwie klappt das gerade nicht. Ihr seid alle am Rennen. Ist auch wurscht. In der Stuhlzerstörer, du, 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 du. Angsteinflüsse. Das ist halt Klang. Was? Was für ein Meme? Jetzt fesse ich irgendwas wieder nicht. Jetzt ist irgendwas in mir vorbeigegangen. Meine XP. Und in der rechten Ecke haben wir Ben, den Stuhlzerstörer. So, jetzt. Der Chat ist dafür da, mich abzulenken. Das sehe ich ja nicht so. Amazing. So habe ich mir das vorgestellt. Okay, okay. Ah, armer Stuhl. Armer Stuhl. Ich habe eine Funktion benutzt, die in ihn eingebaut ist. Ich bin voll gemein. Habe ihn komplett zerstört. Niedergemacht habe ich ihn. Er ist richtig traurig jetzt. Dass ich ihn einfach so benutze, wie er gedacht ist. Frechheit. Er hat geweint. Mhm. Genau. Ciao. Ciao.